Das Video zeigt die Magie zwischen einer Spule und einem Magneten. Der Nordpol im Grün des Magneten schiebt die Elektronen beim Hineinbewegen nach rechts und zieht sie beim Hinausbewegen nach links. Der Südpol des Magneten schiebt die Elektronen beim Hineinbewegen nach links und zieht sie beim Hinausbewegen nach rechts. Ein nicht-magnetischer Eisenstab zeigt die gleiche Wirkung, jedoch ist bei diesem der Effekt ein wenig geringer.